Wir bei linksaktiv werden täglich mehr und du musst noch nicht mal Parteimitglied sein, um etwas zu verändern. Sag uns einfach, wie du uns unterstützen kannst und nicht nur du, sondern auch andere aus deinem Umfeld. Gerade in diesen Zeiten ist es so wichtig, dass von links Gegendruck gemacht wird. Also werd auch du linksaktiv und werde Teil des Teams und womöglich ein Vorbild, das andere Menschen motiviert mitzumachen. 2. 3. 4. 5. 5. 5.